Als echtes Elektroauto tankt der E-Up nur Strom. Mit einer Wallbox wird die Garage zur E-Station. Die Box lädt den E-Up mit Hausstrom. Die CCS-Ladedose ist seine duale Ladeschnittstelle für zu Hause und unterwegs. Sicher angeschlossen. Nun speist die Box den Wagen mit Wechselstrom. In sechs Stunden ist der E-Up vollständig geladen. Mit nun bis zu 160 Kilometern Reichweite meistert er mühelos 80 Prozent aller Tagesfahrten. Die Multifunktionsanzeige informiert den Fahrer ständig über Leistung, Reichweite und Ladestatus der Hochvoltbatterie. Mit CCS lädt der E-Up nicht nur Hausstrom, sondern auch an öffentlichen Ladestationen. Hier kann er Gleichstrom im Schnelllademodus tanken. Das grüne Licht zeigt E-Up lädt. Mit der hohen Ladeleistung ist die Batterie in rund 30 Minuten zu 80 Prozent geladen. Mit CCS lädt der E-Up flexibel zu Hause und unterwegs. Sicher elektrisch mobil. Der E-Up mit CCS. Volkswagen. Das Auto.